Utthita, Swastikasana, ist die Bezeichnung für eine stehende Glücksstellung. Swasti heißt Glück, Utthita heißt stehend oder aufgerichtet. Vom Stehen her bringst du ein Bein zum halben Lotus und das Standbein wird dabei stark gebeugt. Dann gibst du einen Unterarm nach vorne und windest den anderen Unterarm herum, wie für Garudasana. Diese Stellung gilt als Glücksstellung. Wenn du sie einnimmst, kannst du dir vorstellen, dass du sehr glücklich bist. Die Stellung ist auch eine Variation von Garudasana, eben die Stellung des Adlers, des fliegenden Adlers. In dieser Stellung kannst du dir vorstellen, dass du weit oberhalb der Erde fliegst. Das Glück genießt der Weite, der Unbeschwertheit und der Leichtigkeit.